Begafam presents die echt kleine große Hyundai i20 Rally Peter du hast ja beim Quiz eigentlich schon ganz gut abgeschnitten, woher wusstest du so viel? Ja ich habe mich vorbereitet, habe intensiv gelernt, die Prospekt durchstudiert und habe dann mein Bestes gegeben, so schnell wie möglich alles im Kopf zu behalten und trotz Aufregung alles zu wissen. Sehr gut hat er abgeschnitten, aber ob du jetzt den Hyundai bekommst oder nicht, liegt ja in den Hand der User. Vielleicht hast du denen noch irgendwas drauf gegeben? Ja ich würde euch alle bitten, ganz wichtig für mich zu voten, weil ich denke, dass mir das Auto am besten steht und ich neues Auto demnächst wahrscheinlich brauche, weil ich nicht weiß wie lange mein Astra mit 270.000 km noch hebt.